Hier fehlen noch Rötter. Noch mehr. Wolltest du schon mal Fleisch verkaufen fahren? Ey, hat der jetzt kein Stamm mitgebracht? Ich dachte, du brauchst nur ein Brett. Ne, ich brauch noch mehr. Für das Dach oben. Die Viecher wollen ja nicht im Regen stehen. Mein Gott, Ende. Also mindestens zwei Bretter noch, würde ich sagen. Ja, zwei Stück noch. Oder drei. Warte jetzt erstmal ab, bis du da fertig bist. Er kommt. Voll bepackt mit tollen Sachen. Wo war das jetzt? Über dir. Oh. 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 Das ist mal... Aber... Das ist mal ne Scheune. Aber Dinger, kein Tor. Das wollte ich jetzt gerade mal so anmeckern. Färch ist das nicht, ne? Was ist das? Ich kann hier nur ein Färch auswählen. Den wir machen können. Seitentor 75 Dollar. 125 Dollar. Das ist ja billiger, wenn wir das hier einzäunen. Also lieber ein Zorn oder was? Mach mal. Und eine Seitentür hier rein. So. Aber der ist auch fertig, ne? Der ist fertig. Guck, guck. Ich bin Mr. Ed. Alter, warte. Geil ist natürlich, jetzt haben wir überhaupt keine Kohle mehr für ein Tier, ne? Ja, dann ist er mein Stahl jetzt. Ja. Oh. Das Huhn hängt durch die Tür. Er ist nicht mehr. Äh, ja. Gucken wir mal, ne? Oh, ja. Fleischhüse. Boah, wir müssen auch schon wieder tanken. Äh, wo muss ich denn zur Tanke? Siehst du das? Ach ja, Gas, Eul, links. Rechts, dead end. Ja, ich hab markiert, ne? Ich folge jetzt den Hinweisschildern direkt an unserem Hof. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Wahrscheinlich fährt man jetzt einmal um die ganze Map, damit sich das auch lohnt. Na, da ist er schon. Da ist er schön. Sehr gut. Bast. So, fahr mal hier ran. Ja komm, du Profitanker. Ist doch wurscht. Geh doch rüber. Falsche Seite. Aber dir ging das doch nicht. Ja, deine Skills im Tanken sind jetzt nicht so, ne? Mit E rein da und dann gib ihn. Ja, aber du hast das doch auch nicht geschafft auf der anderen Seite. Er hängt aber. Geh mal an der Zapfsäule. Ja, ich bin, er hängt ja auch. Ja, jetzt muss er an der Zapfsäule. Okay. Ja, dann ist er an der Seite und dann... Das ist voll. Nee. Jetzt ist es voll. Reicht! Alter. Ich war einfach, ciao. So. Jetzt noch ein bisschen Fleisch verkaufen. Jo. Oh, Ram. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr Fleisch. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass die Eier uns da reich machen, die zwei Stück, die wir haben. Ja, da brauchen wir noch mehr, genau. Siehst du aber auch nichts rumrennen im Wald, oder? Toter Wald, ja. Echt? Ich glaube, ich habe das Radio eingeschaltet, aber es kommt nix. Boah, jetzt ist halt Sendepause. Ach so, was gibt es hier auf dem Land, ne? Kein Empfang, ey. Hoppala. Kein Empfang. Ja, komm, dann verkaufen wir erst hier den Kack. Ich habe die Zapfsäule noch in der Hand. Nein. Guck mal. Siehst du das? Nee. Ich habe irgendwas in der Hand. Aber mir sieht man das auch nicht, aber... Aber ich habe irgendwas in der Hand wohl. Irgendjahr. Solange es nur eine Zapfsäule ist, ne? Alles gut. Nimmst du dir jetzt auch mal ein Stück Fleisch? Ich kann nix nehmen. Der hat irgendwas in der Hand. Ey, aber immer diese Ausreden, ne? Ja, guck mal. Jetzt geht auf einmal. Mit allen Tricks versucht er das hier, du. So, verkaufen. Ja, haben wir schon mal wieder 119. Ach. So futtern hatten die Hühner ja noch, ne? Ja. Komm, jetzt fährst du mal. Und ich halte nach Wildtieren Ausschau. Fahr einfach mal. Hä? Ja, der fährt nicht los. Wo machst du denn da? Was passiert hier? Der fährt nicht los. Was ist das für ein Spiel? Ja, ist halt Early Access, ne? War so dummer? Nein. Er ist rassistisch, ist das. Warum fährt er nicht bei mir? Er kommt sofort mit der Rassistenkeule hier. Ja. Ey, guck mal, da hinten... Da hinten ist noch ein Trailerpark. Jo, 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 jo. Da ist ein Dings. Da ist ein Vieh. Ja, ich hab's gesehen. Hol die Strohflinte raus. Strohflinte wäre schön. BAM! BAM! Beiseite mit dir. Mach ihn fertig. Ja, aber auch nur drei Stück. Aber ein ziemlich großes Tier, ne? Alter, kann man die angeln? Nein, ne? Ja, dat wär ja mal wat. Vielleicht sollten wir hier hinziehen. Naja, hab keinen Bock, irgendwie alles umzuräumen. Das ist unser, äh, hier. Exil. Ich wollte mal eben testen, ob man hier in den Schlafsäcken auch pennen kann. Nö. Hm. Oh, guck mal. Eine Alpha-Wand. Oh, schönes Boot, da kommst du nicht hin. Jo, stimmt. Na egal. Lässt du mir die Fahne, das ist richtig rassistisch. Aber so ein Liedern im Kopf, da lässt du es erfahren, ey. Ja. Ja, das Auto weiß auch. Aha, der baut nicht ganz so viele Unfälle. Bisschen dunkel hier, ne? Aber komm, dann hauen wir das Fleisch auch noch weg. Können wir morgen frisch in den Tag starten. Jawohl. Hey. Hey, hallo. Boah. Hey, hallo. Jetzt hab ich ja wenigstens gesehen, dass du versucht hast, weißt du. Versuche den. Komm hier. Nein, da wohnst du nicht. Nein, nein. Hey, ich hab frisch Fleisch. Ja, sehe ich. Er geht durch die Tür, du. So. Jetzt ist das dein Problem. Ey, der Fleisch nicht hier. Ja. Wenn es stinkt, bist du das. Ja, hast du so gedacht. So, bitte gelten wir auf mein Konto. Danke. Na, möchtest du fahren? Ab nach Hause. Wenn ich fahren darf, weiß er nicht. Oh. Mach hier mal die Dings hier. Unser Ranch. Ließ du einfach nur hier links runter? Nein. Nee, den Laden kann ich mir merken. Alles andere nicht. Ich benutze wohl die sicheren Feldwege. Für dich. Im Dunkeln ist das schon schöner, ja. Ich bin, wir fahren jetzt schon relativ sicher. Ja. Jetzt muss ich aber noch mal rein, da. Aber Vollgas. Ja, den musstest du noch mitnehmen. Ja, warte mal. Morgen. Hallo, wir sind wieder da. Juhu. Oh, jetzt geht es mal richtig. Ich gucke mal, ob die Hühnchen noch alles haben. Ja, Bruder ist noch da. Ich gucke mal ins Haus, du kriegst einen Schlaggefall. Warum? Voll hell alles, ey. Ja, dann musst du die Taschenlampe ausmachen. Na, ist aus. Hast du Radio angemacht? Nein. Was ist denn das für eine Musik? Von mir hängt alles. Alter, voll laut. Oh Gott. Oh. Ich sehe jetzt hier. Oh. Oh Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe ja, ich stehe da quasi oben drin. Ich weiß nicht, wieso die Musik an war. Ja, ich sehe, dass du da stehst. Aber warum stehst du da? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann mich dann wieder bewegen. Du siehst aus wie so ein... Ja. Als wenn du Werbung für Nike machst. Just do it. Das hat das Bild kurz gemixelt. Ich stehe da wie so eine Statue bei mir. Ja. Oh. Ja, so standest du da jetzt. Fireworks schläft. Fireworks schläft, ey. Fireworks schläft hier, ja. Ich versuche auch zu schlafen, aber das Game lässt mich wieder nicht. Ist schon wieder rassistisch. Ich bin nicht geschlafen, ich bin nicht gearbeitet. Dann gibt's Wasser und Brot. So, ich mache jetzt Feierabend für heute. Verblieben. Ey, so viel wie die scheißen, ne? Aber zwei Eier. Ah, das ist schon mal bei vier Eier. Ah, der Ed sammelt sich. Machst du denn, du da? Feierabend, hab ich ja gesagt. Achso. Dann gehe ich jagen. Irgendwer muss ja die Kuh hier holen. Ich pass auf dem Hof auf. Letzte Chance. Er kommt nicht runter hier. Ja, dass wir auch keine Hupe haben, ne? So, dann fahren wir jetzt mal in die andere Richtung. Uh. Gucken wir mal, ob es da auch noch Viehzeug gibt. Gibt's gute Fragen. Bei unseren Wild-West-Manieren, die wir da haben? Ach, das ist unser Sägewerk. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ja. Ah, die Fahrskills bessern sich. Hier ist doch schon ein guter Platz. Aber hier ist nix. Gar nix, der Toto ist hier. Ah, ist das hier der Baumarkt? Äh, so aus. Äh, sieht aber nicht aus, als wenn der schon geöffnet hat. Was ist das denn, ey? Wow, da hat sich nicht gelohnt in der Gegend. Ha. Vermutlich, ja. Gut, kommen wir weiter. Und weiter geht's. Da war was. Links. Warte, wir kommen auf den Berg hier. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Wenn der jetzt auch nur drei Stücke Fleisch gibt, ne? Äh, nachladen. Ich seh ihn nicht mehr. Äh, da sind zwei. Ich seh ihn. Oh. Äh, äh, wo siehst du denn hinten? Ich seh dich, ja. Ach, er ist in einer ganz anderen Richtung. Ähm, kommst du mir mit dem Auto mal näher? Ist das ein Büffel? Nee, Bär. Aber da ist noch einer, ne? Müssen aufpassen. Oh. Ja. Tot, tot, tot. Spar Munition. Ey, was ist das denn? Äh, noch ein Bär. Noch ein Bär. Oh. Ah. Fack. Nein. Tot. Alter, was ist denn hier los? Ey, ich war so scheiß Benüge-Stack, ey. Vom Steam. Kann ich dich lügen? Tricks-Game, ey. Ja. Leiser. Hä? Alter. Holst du mal das Auto? Sorry. Ja. Aber du musst dich jetzt erst mal erholen. Ey, da gibt es sogar vier Stücke Fleisch. Kommen Sie mal näher, junger Mann. Top. Oh, da müssen wir jetzt richtig Tetris spielen, wa? Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir richtig Tetris spielen. Und er klatscht einfach drauf. Denk mir ja wohl ihn. Äh. Dass man die aber auch nicht übereinanderlegen kann, ne? Ja, das ist richtig dämlich. Ja. Boah, Fizzle-Arbeit. Hast du alle? Naja, einer liegt da noch. Zwei liegen da noch. Oh. Ja, das wird aber... Ah, man kann die glitschen. Naja doch, also so ein bisschen beieinanderlegen kann man sie. Er fordert aber ziemlich viel Fingerspitzengefühl. Mann, 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 Mann. Ja, ich krieg noch nicht mal satt hier rein. Ja. Huh. Ja, was war nochmal aimed hier? Mein Gott. Mann, 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 Mann So, gib mal dein Stück nochmal her. Oder versuch, da mal auf die anderen zu popeln. Sonst halt mal zu drehen. Ah, da richtig Cash. Das ist Cash. Verdorbenes Fleisch. Okay, mach du das. Ah, guck mal. So. Jetzt nochmal verkaufen. Wo geht's zum Laden? Oh. Also siehst du die Markierung? Ne. So, ich fahren. Warte. Ja, den Spot müssen wir uns auf jeden Fall merken, ne? Fleisch ist Fleisch. Da ist der Shop. Da ist der Shop. Warte mal, wenn ich jetzt... Wenn du jetzt quasi hier vorfährst und mir die Fleisch anreißt, dann müsstest du doch gehen, oder? Versuch doch mal hier drauf zu legen. Auf der Terrasse. Na, geh nicht. Das Geländer ist weg. Aber ich kann das direkt da reinlegen. Guck mal. Ja, ist doch super. Guck mal. Ja, man optimiert die Arbeitsschritte halt, ne? Mit all unseren Möglichkeiten. Ja. Für mich fließt man Arbeit. Ja, das ist langsam wirklich richtige Arbeit hier, du. Ach ja. Junge, da haben wir die großen Saftigen. Die kosten aber 45. Bärenfleisch wird dir ja wohl nicht jeder anbieten. Schießt noch nicht alle so scharf wie die. Nee. Aber ich hole uns mal ein paar neue Kugeln, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist nichts. Nur so zur Vorsicht. Doch, 35 Dollar nur pro Stück, ey. Ja, wie immer. Ah, 420 haben wir. Katsching! Ja, dann hol am besten zweimal Kugeln. Und nochmal so einen Sack Futter, oder? Was hat denn hier? Wo waren die Kugeln? Da. Wasch. Ja, nehm zwei mit. Eins, zwei. Und ein Sack Futter. Was wolltest du? Futter. Okay. Ich habe jetzt 60 Kugeln. Ja, ich auch. Okay. Schön. Dann fahren Sie bitte. Mhm. Einmal zur Toten-Hühner-Route. Ja. Der ist vollkauf und sie gut. Äh. Oder? Da müssen wir noch ein paar Bären schießen, ne? Aua. Ich kann Radio auch nicht einschalten. Ich kann empfangen hier. Aber eine Kuh fühlt sich dann ja auch so einsam, ne? Aufgefügt. Aber mussten wir nicht auch eine Milchkanne, um zu kaufen? Kann sein. Oh, da müssen wir aber noch einige Bären erledigen. Hm. Da kriegen wir schon ein. Oh, Punktlandung. Oh, auf die Hühner. Ja. Punkt, genau. Auf den Hühnern. Genau. Auf den Hühnern, ja. Oh, mal gucken, ob wir da Eier sind. Aha. Haben wir schon wieder Eier. Ja, so langsam läuft das Eier prinzipiell. Soll ich neues Futter reinpacken? Äh, warte. Guck mal. Ja, die haben doch noch, oder? Also für mich sieht er noch voll aus. Mit einem Huhn ist es nur zu blöd zum Fressen. Wasser ist auch noch da. Alles gut. So. Ich leg mir jetzt hin und geh dann auch raus. Ja. Duck da hinstellen. Wo ist das Bett hier, ey? Ey, ich renne auch immer nach hinten. Ah. Geht automatisch wieder an. Ja, ja, ja. Geht immer automatisch an. Ist klar. Boah, ich back wieder in so einer Welt hin und her. Wir können auch gar nicht pennen gehen, ne? Wir sind ja noch so früh. Ja. Ja, komm, dann speichern wir nur für dich. 17 Uhr, wie geht das denn? Achso, du hast gespeichert später jetzt. Ja, gespeichert haben wir. Ja, müssen wir passen, ey. Ja, ich hoffe. Ich hoffe.